Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute sind wir in voller Besetzung. Heute ist dabei einmal der David. Hallo David. Hallo von mir. Und der Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Und natürlich unser neuestes Mitglied. Hallo Christina. Hallo zusammen. Und bevor wir heute in die Historiker einsteigen und über Pure Dark Horse Untergang reden. Ich glaube am Wochenende passiert etwas. Ich fürchte mein Release könnte direkt auf das Event fallen oder kurz danach. Was ist denn geplant hier? Was ist denn da los? Und was macht ihr? Es ist nicht irgendwas, sondern es ist Redcon. Früher war es mal die Ulysses House Con, mittlerweile glaube ich nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz sind da zahlreiche Ulysses Leute, Autoren, Autorinnen und was sich noch so herumtreibt. Und ich werde zumindest einen Abend da sein und freue mich schon drauf. Genau und man kann so die ganze Bandbreite von DSA erleben. Es werden Vertreter da sein von dem Briefspiel, von dem Adelsspiel und Vertreter vom DSA Live-Rollenspiel. Es werden Künstler auch da sein und Leute, die sonst kreativ Merchandising für das Schwarze Auge herstellen. Denn das heißt, man hat die Möglichkeit, an einem Wochenende und an einem Ort so alles zu treffen, was irgendwie rund um das Thema DSA wichtig ist. Und zuverlässig viel Geld ausgeben dabei. Auf jeden Fall. Ja, man braucht ja auch die neuesten Sachen. Das ist man ja nicht mehr abgerät. Ja, der KAK ist immer noch, Fascher, haben wir schon mal gesprochen, der, dessen Name mir entfallen ist, das Alternative-Event nächstes Jahr. Der Prinz-Bring-Convent. Genau, der Prinz-Bring-Convent. Hier nochmal, es gibt leider nichts Neues. Keine weiteren Plätze haben sich aufgetan, keiner hat abgesagt. Ich klage an. Aber irgendwas ist immer. Ja, ihr beide schreibt im Moment gar nichts. Also ihr habt mir gesagt, ihr habt jetzt an nichts geschrieben. David hat an den Echsen-Sümpfen noch mitgearbeitet. Aber sie sind jetzt beide in der frohen Erwartung, endlich wieder was zu bekommen. Und etwas Neues, was kommt, ist auch das Reich der Chemie. Um jetzt gleich mal in die Aventurika einzusteigen. Was ist denn da los? Was sind die Chemie? Wer sind die Chemie? Wo sind die Chemie? Was machen die? Ja, die Chemie sind ja ein, also das Chemie-Reich oder das Chemie-Volk sind ja durchaus alte, neue Bekannte. Wir kennen sie auch aus dem gegenwärtigen Aventurien. Aber jetzt in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, so um das Jahr 3000 vor Bosporans Fall, sind die Chemie die erste große menschliche Hochkultur, die sich bildet. Und zwar ganz im Süden des Kontinents, auf der Trahelischen Halbinsel. Da gibt es jemanden namens Kacher, der verschiedene Waldmenschenstämme vereint zu einer größeren Macht, zu einem Reich, das dann beginnt, so erstmals richtige Strukturen aufzubauen und auch eine Königsherrschaft etabliert. Und das ist tatsächlich, wenn man von den Sumoran einmal absieht, das erste Mal, dass die Menschen sichtbar werden auf dem Aventurischen Kontinent, abseits von kleineren Stämmen und Siedlungen. Und die Chemie kommen nicht aus dem Nichts. Viele von ihnen sind eben Stämme des Urwalds und andere sind ehemalige Sklaven der Echsenvölker, die auch dort in der Gegend siedeln. Und dadurch übernehmen die Chemie zu Anfang auch viel an Fortschritt an Wissenschaft und Kultur von den Echsen, zum Beispiel im Bereich der Schrift, aber auch bei religiösen Sitten, bei der Verehrung von Göttern. Und allgemein bei Baustilen, die Chemie kennt man ja heute noch die Pyramidenbauten der Chemie und auch bei sonstigen Gebräuchen und Abläufen. Und tatsächlich hat dieses Reich der Chemie für fast 1000 Jahre Bestand, bis ungefähr 2000 vor Vosperans Fall. Es wächst und gedeiht und wächst auch dadurch, dass es die umliegenden Stämme vereinnahmt und unterwirft. Und kommt dann am Ende zu Fall dadurch, dass die benachbarten exischen Reiche wieder im Kampf sind. Und dadurch gerät es unter die Räder und gleichzeitig zieht es sich dann auch, als es schon geschwächt ist, damit konfrontiert es eben die Versklavten Stämme sich erheben. Und so bricht dieses erste Chemie-Reich nach fast 1000 Jahren Bestehen wieder in sich zusammen. 1000 Jahre ist ja auch schon mal eine gute Zeit. Ja, falls wir so nicht gesagt haben, wir sind jetzt im Jahr 3000, beziehungsweise das Chemie-Reich 2015. So, und dann kann mir jemand erzählen, was die Zwerge so machen? Bei den Zwergen kommt so ein bisschen Bewegung mal rein. Das ist ja nicht immer das Schnellste von allen Völkern. Aber die Zwerge von Kalamarn, wir erinnern uns, den hatten wir vor einigen Sitzungen mal gehabt. Sein Volk zieht aus und gelangt schließlich in die Trollzacken, wo sie Fuß fassen. Und ja, einige Verhandlungen mit den Trollen abhalten müssen. Aber am Ende des Tages kann man sich gut einigen. Die Trolle erhalten auch gute zwergische Waffen. Und Kalamarn selbst erreicht auch schließlich die Binger. Immer noch geprägt von dem Trauer über seinen menschlichen Begleiter, der so schnell gestorben ist, warnt er vor der Freundschaft der Menschen. Das ist der eine Punkt der Zwerge. Und ich mache mal gleich einen kurzen Sprung. Viel interessanter, ehrlicherweise, ist ein ganz klangvoller Name der methodischen Geschichte, nämlich Umrazim. Umrazim ist, finde ich, super klangvoll, weil es eine der ersten DSA-Kontakte ist, die ich irgendwie hatte. Aber Umrazim, das ist doch der Zwergenhort, wo man noch ohne Ende Gold und sonst was finden kann. Und kleiner Spoiler, wir haben gute Chancen, hoffe ich mal zumindest, dass die anstehende Zwergenkampagne uns einiges mehr über Umrazim enthüllen wird. Denn die Stadt ist ungefähr 2800 gegründet worden. Also die Binge, eine riesenreiche Zwergenbinge, tief im Land der Orks. Und wurde demzufolge auch immer wieder von Orks belagert, die nicht so glücklich waren, dass da Zwerge drinnen waren und ihren ganzen Reichtum aufgebaut haben. Ja, so viel erstmal dazu. Die hat relativ lange Bestand, ehrlicherweise, naja, also für Zwerge vielleicht doch nicht so lange Bestand gehalten, ein paar hundert Jahre. Und man hat dort auch einen sehr, sehr wertvollen Edelstein oder eine, ich muss mal einen Edelstein, David, du kannst mich da korrigieren gerne, eine Linse gefunden. Der größte Schatz, es irgendwie erinnert mich, oder nicht nur mich, das viele wahrscheinlich an einige Geschichten aus dem Herr der Ringe, wo man da mit Moria oder vielleicht auch die Hobbits um Thorin Eichen stellt. Das findet man irgendwie so ein bisschen in Umrazim wieder, das dann auch von vielen Orks später fliegt werden kann. Dadurch, dass die zahlreichen Orks, die in Umrazim selber gearbeitet haben, sich irgendwann einen Aufstand machen, unterstützt von weiteren Orks und dann alle Zwerge töten, sodass nur einige wenige fliehen können. Also seit mittlerweile fast 3000 Jahren ist Umrazim vertollen. Niemand hat es je genauer erkundet, da sind bestimmt noch viele Schätze. Und ich hoffe, dass wir es bald mal wieder erkunden können. Das würde mich zumindest sehr freuen. Es ist übrigens ein Smaragd aus Ordamons Krone, der da umgeschliffen wurde zur Linse. Gut, dann kommen wir doch mal zu einem anderen Geschöpf, einem Greif namens Oberan. Christina, kannst du mir was über den erzählen? Naja, ich weiß, dass er von Prajos gemacht oder gesandt wurde. Und dass er auf einigen Inseln an der Nordküste von Otyburia gewohnt hat, glaube ich mal. Und ja, dort unter den Menschen gelebt hat und versucht hat, Prajos seine Gesetze umzusetzen oder den Menschen dort näher zu bringen. Genau, aber wie es dann so häufig in der Geschichte ist, er hat eine Frau kennengelernt, eine Menschenfrau namens Lutu, die ihn natürlich so von seinen Pflichten abgelenkt hat, Und ja, dass Prajos am Ende nicht mehr sehr begeistert war. Und genau, viel mehr weiß ich gar nicht über ihn. Genau, man kann ergänzen, dass er so abgelenkt war, dass er sogar die Erzdämonin Charybta Einfluss gewinnen konnte und dann sein Volk gewissermaßen das Leichen unterwandert hat. Und dann hat Prajos gesagt, bei aller, der eh schon nicht der nachgiebigste von allen ist, hat es ihm gereicht und er hat dann Oberan quasi verpflichtet, wurde bestraft und er muss das Menschenvolk retten. Was ihm erfreulicherweise gelungen ist, sodass man schließlich von dort nach Aventurien übersegeln konnte. Und eben, dass letztlich die Ahnen der Uthulus sind, die uns ja heute im Südamer Thurien begegnen können. Gut, dann, so den Untergang hast du ja so besprochen. Dann kommen wir zur Schlacht der Dunkelheit. Das hört sich schon so nach Gut gegen Böse an. Wer waren denn die Guten und wer waren denn der Schlacht der Dunkelheit? Das ist wahrscheinlich immer ein Stück weit eine Frage des Standpunkts. Denn auf der einen Seite stehen die Anhänger Charybdas, die wir ja schon aus den vergangenen Zeitaltern gut kennen, die auch bis ins neunte Zeitalter hinein einen Platz in Alvaran hatte als göttliches Wesen und die dann tief gefallen ist. Und ihre Anhänger, vor allem Krakonia, also unterirdisch lebende Meerwesen, versuchen ihren Einfluss, den Einfluss der von ihnen immer noch als Göttinnen verehrten Charybda auszudehnen in das Aventurische Südmeer und kommen aus dem Bayat. Das ist der Bereich, wo Oselem liegt, so ungefähr. Also ein sumpfiges Gebiet, auch im Süden Aventuriens. Und von dort aus versuchen sie vorzustoßen in die Weiten des Südmeers und dort unter Wasser, deswegen auch in der Dunkelheit, den Einfluss ihrer Göttin oder Dämonen zu verbreiten. Und obwohl sie in großer Zahl kommen, unterliegen sie bei dieser Schlacht letztlich den Anhängern Efferts, das heißt den Meerwesen und Meerbewohnern, die Effert als den Gott des Meeres verehren, sodass der Einfluss Charybdas weiterhin sehr begrenzt bleibt auf einzelne Bereiche des Meeres, während Efferts Anspruch als Gott des Meeres in den übrigen Teilen weiterhin unangefochten gilt. Und gleichzeitig ist es eine Niederlage für die Anhänger Charybdas, aber sie werden nicht gänzlich vernichtet. Das heißt, sie werden auch in der folgenden Zeit uns immer wieder begegnen, wo sie in verschiedener Weise versuchen, den Einfluss Charybdas zu mehren. Darüber hinaus passiert eher was im Norden Aventuriens, oder zumindest in den Abhandlungen geht es erstmal da weiter, bevor wir gleich, das kannst du dann gleich gerne wieder übernehmen, zu dem größten Block erstmal kommen, wenn es nämlich um unsere gute Riesenhalven geht. Kurzer Ausblick, was machen denn eigentlich die Goblins und Orks und Elfen? Da ist relativ wenig los. Zu den Elfen kommen wir später nochmal. Die Orks können sich relativ frei agieren, sind verschont über den ganzen Echsenkram gewesen und gründen. Aber, das ist ein ganz interessanter Punkt für später, an einem Ort, den wir heute als Greifenfurt kennen, als Heiligtum ihres Gottes Tairach. Und da werden wir in späteren Episoden sicherlich nochmal drüber sprechen, denn das kommt ein paar Mal noch in der Geschichte vor, dieser Ort. Goblins zanken sich ein bisschen mit den Zwergen in der Nähe der Koschberge und greifen irgendwann sogar die heiligen Kaverne hinter den Donnerbachfällen an. Und sie können immer wieder von den Elfen abgewehrt werden, aber auch diese heiligen Kavernen der Donnerbachfälle, die haben ja später eine größere Bedeutung. Also hier kommen wieder einfach mal Orte zum ersten Mal, oder zum wiederholten Mal auf, die uns auch im heutigen Aventurien noch interessieren. Genau, und dann wird es in Südaventurien aber nochmal wild hin und her. Ja, du spielst sicher auf das an, was mit Calvin passiert. Nämlich ein Stück weit ja unsere Erzählerin der Historia bis hierhin, die gerade in den frühen Zeitaltern, als es noch keine exischen, menschlichen, elfischen oder zwergischen Aufzeichnungen gab über das, was geschehen ist, so ein bisschen unsere Quelle ist für die Ereignisse. Und Calvin hat ja bereits Rückschläge hinnehmen müssen, nachdem ihr Volk die Sumura besiegt wurden von Echsen im Dienste Pöderkors. Und dennoch genießt sie weiterhin als weises Orakel ein Ansehen bei vielen der kurzlebigeren Völker. Und sie versucht auch weiterhin das zu nutzen, um ihre Sicht der Dinge weiterzugeben und zum Beispiel die Elfen zu warnen vor falschen Einflüssen und vor Fehlentwicklungen, die sie sieht. Und sie stößt nicht überall auf offene Ohren, an manchen Stellen aber doch. Und dadurch, dass sie auch die Elfen beispielsweise vor den Schlichen und Listen Pöderkors warnt, er weckt sie den Zorn des mächtigen Drachen. Und das in derart starker Form, dass der all seine Zauberkräfte zusammennimmt und gegen Calvins Gebirge schleudert. Das heißt, den Ort, wo sie existiert und der auch mit ihr in Verbindung gebracht wird. Und dieser Zauber, das heißt es, ist so mächtig, dass er ein gewaltiges Erdbeben und eine Flutwelle auslöst und das Gebirge komplett in den Tiefen des Meeres versinkt. Und das ist insofern spannend, auch geografisch, weil beschrieben wird, dass der Landzug, der dann verschwunden ist, eigentlich eine Landbrücke darstellt, zwischen dem, was in der Gegenwart das aventurische Festland ist und der Insel Maraskan. Dass es also demnach früher mal eine Verbindung gab zwischen diesen beiden Landteilen und der erst jetzt in diesem Zeitalter zerstört wurde. Und dadurch, dass Calvins ihre Existenz selbst so stark in dieses Gebirge gebunden hat, wird auch sie mit hinabgerissen in die Tiefen und fristet, so heißt es, fort an ihrer Existenz am Grund des Meeres. Ich finde es ja interessant, dass sie da im Gegensatz zu ihrem Kind einfach da auf dem Meeresboden überlebt. Theoretisch, möglicherweise eventuell, sofern wir wissen, im Moment. Es gibt ein Abenteuer, so 15 Jahre alt vielleicht, wo man mal ein bisschen was in Calvins Thron erleben kann, aber es ist nicht aus meiner Sicht so, dass sie da unten quasi Wasser atmet und nur darauf wartet, dass Helden vorbeikommen. Aber mal gucken, was die Zukunft bringen wird. Gut. Ich hatte eben leider Internetprobleme. Hat man meinen Vortrag über den Krieg zwischen den Zwergen und Goblins gehört? Nein, haben wir nicht, aber ich habe das kurz abgehandelt. Ah, perfekt. Wahrscheinlich weniger parteiisch als du. Was? Parteiisch? Ich weiß ja nicht, was du meinst. Was auf jeden Fall noch interessant ist, kurz, es gibt ein Nachtalben in Myranoa und die sind dort, ja, es kommt zu heftigen Kriegen, heißt es dann nur so als Nebensatz. Aber jetzt kommen wir zum Alagrim. Also Pyrdakor, der Böse, hat es geschafft, durch seine Intrigen die Zwergen zu zersplittern. Aber er ist immer noch unglücklich und diese Macht. Und nun, ja, kommt der Namenlose mal wieder, der Goldene, und gibt ihm eine Möglichkeit. Und zwar, mit Hilfe eines Artefakts aus einem sehr alten Tagen erschafft Pyrdakor eine Kreatur aus reinem Feuer, gestaltet wie ein riesenhafter Adler. Und dieses Wesen der Alagrim fällt in den nächsten Jahrzehnten immer wieder über Angroschim her. Doch, Zwerge sind keine Zwerge und sie schaffen es natürlich, mit vereinten Kräften von Geoden und Angroschpriestern 2302 ihn zu besiegen. Naja, nicht ganz zu vernichten, aber sie können ihn in eine feuchte Grotte tief unter den Hallen von Koschim verbannen. Ja, und dann kommt nun der zweite Drachenkrieg und Pyrdakors Ende. Wer kann mir denn dazu was erzählen? Pyrdakor macht irgendwie so ein bisschen den Kardinalfehler gefühlt, den immer wieder Leute in der spätere Geschichte zu machen scheinen. Als er sich zu sicher seiner Sache ist, ruft er sich zum alleinigen Gott aus dem Jahr 2303. Wir haben ein paar Mal, dass sich auch Menschen zu Göttern ausrufen und immer geht es dann schief danach, aber irgendwie, vielleicht ist auch Pyrdakor der Erste, der das tut, ich weiß es nicht genau, irgendwie kann das nicht funktionieren, denn ehrlicherweise, Anna macht das nicht, sondern nicht glücklich. Und dann steht es ja schon mal mindestens 12 zu 1 wieder. Und das kann auch für Pyrdakor nicht gut ausgehen, wobei er sich gut behaupten kann. Denn hier sieht man tatsächlich, dass er ja schon eine gewisse Macht hat. Also er ist ja nicht nur irgendwie ein Drache, denn die Götter sagen, ja, ist klar, das gefällt uns nicht. Dem müssen wir mal zeigen, wo es lang geht. Entsenden Farmelor als ihren Boten, um Pyrdakor zum Einlenken zu bringen. Doch Pyrdakor lacht nur kurz. Es gelingt ihm, Farmelor zu überraschen und in Ketten zu schlagen. Also bis hierhin Pyrdakor 1, Götter 0. Allerdings lassen sie das nicht auf sich sitzen und sagen, okay, jetzt erst recht. Und sie entscheiden sich gewissermaßen, einige Alvaran Jahre zu entsenden, um Farmelor zu befreien und die Pyrdakor vernichten sollen. Und das hat der Drache nicht vorher gesehen und fühlt sich jetzt plötzlich in der Defensive. Sodass der zweite Drachenkrieg entsteht, der auch für noch einmal Abiturien komplett auf den Kopf stellen soll, im Wesentlichen. Also das hatten wir ja vorhin, ich glaube, die Chemie hattest du vorhin genannt. Das ist ja auch ein Reich, was da jetzt komplett untergeht infolge dieses Drachenkrieges. Plätze, Reiche werden zerstört. Zahlreiche Orte, die schwimmenden Gärten von Yaku-Alai werden aus der Verankerung gerissen. Die Zyklopeninseln waren offenbar einmal viel größer als heute, denn Pyrdakor sagt den Zyklopen, ich brauche mal dringend Waffen von euch. Die widersetzen sich aber und daraufhin lässt er ein weiteres Erdbeben entstehen, wie er es eigentlich schon wie bei Chalwin gemacht hat und dass die Hälfte der Zyklopeninseln im Meer versinkt. Ja, und je mehr Pyrdakor merkt, dass er dieser vereinten Macht an Gegner nicht gewachsen ist, desto mehr zieht er sich nach anderen Möglichkeiten um und ruft schließlich den zu Hilfe, der ihm schon wiederholt geholfen hat, den namenlosen, den goldenen Gott. Und der lässt sich nicht lange bitten und entsendet tatsächlich ja seine Herrscher. Und das sind die Völker, die sich in der Vergangenheit schon dem namenlosen angedient haben oder sich teilweise ihm angedient haben, einzelne oder Gruppen aus den Völkern. Und es kommen Ogre und Trolle, aber auch Zwergen und Menschen und die erschaffenen Nachtalben, größtenteils von jenseits des Erdenschwerters, das heißt weit östlich des eventurischen Kontinents und fallen ein. Und ja, neben diesen auch noch weitere Kreaturen, Dämonen und auch Riesen. Und ja, das sorgt eben dafür, wie Raphael schon gesagt hat, dass diese Verheerungen immer größer werden und auch immer mehr Schaden anrichten, auch bei Unbeteiligten. Es stellt sich dann im Bornland dieser namenlosen Streitwacht ein elfisches Heer entgegen, zu dem die Hochelfen gehören, die noch in den Salamandersteinen verblieben waren, aber auch Waldelfen und die Firnelfen aus dem Norden, dazu von den menschlichen Völkern einige Nievesen und auch angehörige Weiterkulturen. Die Historiker schreibt von Waldschraten, Katzenmenschen, fliegenden Katzen, Satuaren, Zentauren und dergleichen. Mersus war ein großes, eine große, bunte Schlacht der vielen Völker. Und ja, diese Schlacht ist eine Schlacht der Superlative. Sie wogt mehrere Tage und Nächte hin und her und der Ort, an dem diese Schlacht standfand, wird so sehr verwüstet, dass auch das Totenmoor entsteht, das man heute noch im Bornland aufsuchen kann oder vielleicht auch besser meidet als weisender Abenteurer ob der Gefährlichkeit und ja, letztlich können die Truppen des Namenlosen nicht geschlagen werden, aber ihr Vormarsch wird zumindest gebremst und das heißt hier für Jahre gebremst, das heißt, sie werden erst einmal ein Stück verlangsamt. Würde ich nochmal kurz ein kleiner Spoiler für alle Spieler, vielleicht ein bisschen wegkönnen, Spielleiter und solche, die gerne das machen wollen, mal ruhig hinhören. tatsächlich kann man diese Schlacht erleben im Wesentlichen in einem vor nicht allzu langer Zeit erscheinenden Abenteuer im Rahmen der Klärenträger-Kampagne, also wer da mehr Interesse dran hat, kann diese Epic auch an den Spieltisch bringen, auch heute noch sozusagen, was hier jetzt knapp 3000 Jahre her ist. War da nicht auch diese, auch eine Elfenstadt oder so ein Elfenvor, so ein großes? Ja, dann, weil ich hab inzwischen die Philersons-Kampagne durchgehört, die Hörbücher und auch da Philersons beziehungsweise Björn wollte ich schon sagen, deinäugige Fuck. Björn? Das ist ja nicht Björn. Björn. Björn, danke, alter Schwede. Es ist schon spät. Björn kommt dort auch am Totenmeer vorbei. Warum, wieso, weshalb? lest oder hört es euch gerne selber durch oder spielt es nach? Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man das auch nachspielt. Ich glaube nicht, weil man ist ja bei Philersons. Dementsprechend, hört es euch an oder lest euch die Philersons-Saga durch? Und wo wir gerade bei Elfen sind, gucken wir uns mal die elementaren Städte an. Wir hatten ja die schönen elementaren Städte der Elfen und ja, die gehen jetzt vor den Niedergang. Einer nach der anderen Städte fällt in relativ kurzer Zeit Sireel ist die schwimmende Stadt. Sie wird von den Elfen verlassen, die sich erst ein Stück weit zurückziehen. Dann steht schließlich Fejangola, der Heerführer, der im Totenmoor für die Namenlosen gestritten hat vor den Toren der Stadt. Aber er kann die schwimmende Stadt nicht erreichen. Also was macht dann der geneigte destruktive Namenlose, wenn er die Stadt nicht erreichen kann? Er ruft wieder einmal Pyrdakor an, mit dessen Hilfe und einem gewaltigen Seebeben die Stadt wirklich in die Tiefe des Islisees gerissen wird. Dann haben wir die fliegende Stadt Vajarwinda. Wenige Jahre später wird mehrfach von Drachen und Flugechsen angegriffen. Der König von Vajarwinda beschließt sich, das abitorische Gebiet zu verlassen und über anderen Kontinenten Frieden zu suchen. Aber auch in seiner Stadt sind bereits Verräter unterwegs, die den Plan korrumpieren und als sich ein Teil der Stadt abkoppelt, ist der wiederum zu klein zum Überleben. Also sprich, auch Vajarwinda verschwindet, kleinere Stücke werden zerstört und dann bleibt am Ende des Tages eigentlich nur noch Tifianar übrig, wo dann auch Pyrdakor, der eigentlich beschäftigt genug sein sollte im Zweiten Drachenkrieg, aber mit den Elfen hat das nicht ganz so, deswegen will er auch nochmal Tifianar vernichten. Zehn Jahre lang wird es belagert, auch hier natürlich, wer die Phileason gespielt, gelesen, gehört hat, erkennt da einiges von und auch hier kann man auch in neueren Kampagnen nochmal einen neuen Blick auf die Belagerung erhalten und 2201 vor Bosporal fällt die Stadt verrat, aber einige Bewohner können sich in die sogenannte Insel im Nebel flüchten, der Elfenkönig gerät in Gefangenschaft, alles weitere dazu, wie gesagt, immer bei Phileason erleben können, das Reich der Hochelfen ist dadurch endgültig niedergeschlagen. Vereinzelte Überlebende, wie zum Beispiel die bekannte Niam Goldhaar, die sich später in der Nähe des Bornwalds zur Ruhe setzt, Lariel, Turm in den Zweigen, der die Steppenelfen begründet oder die mysteriösen Wüstenelfen, die um Tifianar herum leben, die gibt es noch, aber im Wesentlichen ist nicht mehr so viel von der Blüte von einst übrig. Ja, da hatten ja einige Elfen recht gehabt. Ich glaube, es waren die Waldelfen, die davon sprachen, dass, so wie es ist, der Untergang bevorsteht. Gut, dann haben wir die Trollfestung Traschmalgor 2204. Was ist denn da passiert? Ja, da ist schon wieder, es wird schon wieder gekämpft. Auch in Traschmalgor gibt es keinen Frieden. Die Festung wird angegriffen, gleich von mehreren Drachen, und zwar unter Führung des Kaiserdrachen Ferakino, der uns auch schon begegnet ist. Und ja, es gibt einen heftigen Kampf und am Ende ist die Festung zerstört. Und das ist nicht nur, ja, gibt nicht nur Schäden am Bau, sondern auch einige der mächtigsten Trollschamanen verlieren dort ihr Leben. Und mit ihnen geht für das Volk der Trolle sehr wichtiges Wissen auch verloren. Die Trolle sind ja eine Kultur, die viel mündlich an Wissen und auch an magischem Wissen weitergibt. Und durch den Verlust dieser Schamanen ist das ganze Volk der Trolle erstmal ein Stück weit beschwächt. Und erst, als die trollischen Zauberweberinnen den Drachen Brakanor, ein Nachkommen für Rakinors töten, ziehen sich die Drachen zurück, ohne ihr Werk gänzlich zu vollenden. Auch hier haben wir wieder einen Link zum aktuellen Abiturien, auch noch nicht so viele Jahre alt. Wenn die Helden sich auf die Suche der Drachenchronik begeben, die man zu DSA4-Endzeiten spielen konnte, werden sie auch in Trattmalkor vorbeikommen. So langsam werden die Einschläge ernster, was Orte angeht, die wir auch im heutigen Abiturien gut als Helden erleben können, wollte ich nur einwerfen. Stimmt das, genau. Wir kommen jetzt immer mehr in die Zeit, wo man Dinge auch wiedererkennt oder Bezüge sich herstellen lassen. Genau, ich wollte nur noch kurz für Rakinoas Schicksal weiter zu Ende führen. Er ist gewissermaßen gescheitert, traut sich deshalb nicht, zu Pyrdakor zurückzukehren, sondern zieht sich stattdessen in den Finsterkamm, in das Finsterkamm-Gebirge zurück und wird dort etwa 50 Jahre später, wir springen noch in großen Zeitsprüngen, von zwergischen Drachentötern erschlagen unter Führung einer Prinzessin, nämlich von Ergloscher, Tochter der Angrescher. Und ja, nach diesem Kampf wird auch sein Kafunkel geborgen und der wird den zwergischen Zauberwirkern den Geoden zur Aufbewahrung übergeben. Die Zwerge verlegen dennoch ihre Hauptstadt in den sicheren Norden im Kosch 2113 und die Zwerge in Kabiadosch 2101 müssen im Grunde von mehreren Angriffen dämonischer Wesen fliehen und werden aber auf der Flucht durch Dracheneingriffe getötet und nur einige Dutzend Überlebenden kommen dann an. Ja, dann kommen wir zum Ende vom Artal. Nochmal ganz kurz, was war Artal und warum geht's zu Ende? Artal war das Reich der Blauen Mare, dem sind wir im vorangegangenen Zeitalter schon begegnet und dorthin waren die Flüchtlinge aus Lamaria, also aus dem Reich Lamaria geflohen, nachdem ihr dortiges Reich schon untergegangen ist und ja, genau, das ist also eines der noch bestehenden märischen Reiche zu diesem Zeitpunkt. Aber auch das geht seinem Ende entgegen. Ja, die Drachen haben alle noch nächster, sind die gerade munter, heute geht's aber auch rund, auch hier noch aktueller, eines der letzten erschienenen Abenteuer im Auge des Sturms heißt es, glaube ich, da geht's auch und hat auch was mit diesem Herz des Sturms am Ende des Tages zu tun, also wir sehen hier schon das immer wieder beeindruckend, wie weit die Geschichte Aventurians schon reicht, teilweise zurück, also gerettconnt wurde, aber wiederum, wenn ich jetzt nach das aktuelle Abenteuer Auge des Turms denke, das ist ja deutlich nach der Historia erschienen, also da greift man auch alte Fäden wieder auf, also nur alle Spielleiterinnen, Spielleiter einladen sich da ein bisschen durchzuwühlen, hier gibt es jede Menge tollen Content, den man weiterverwenden kann, über den wir hier in den nächsten Folgen mal mehr berichten werden. Ja, das stimmt. Und jetzt macht ein treuer Anhänger Pythagos denkt sich, er kann seinem Herren noch helfen, Christina, was ist denn da los? Genau, der stößt ja mehr durch Zufall an der bornischen Grenze über ein Teilleib von Omega Therion, also über Bahamut und versucht ihn natürlich aus seinem Gefängnis zu befreien und erhofft sich dafür Hilfe für seinen Herrn. Allerdings kriegt Effert das Spitz und versucht das mit einer gewaltigen Schar von Wahlen zu verhindern und am Ende schafft das auch das Befreiungsritual zu verhindern, aber es hat sich trotzdem in Bahamuts Gefängnis so ein kleines Fenster geöffnet, was sich so, ich würde mal sagen, wie ein Strudel offenbart und genau und das bleibt auch bestehen und viele Völker spüren immer wieder in der nächsten Zeit dann quasi ja Bahamuts Kräfte durch diesen Strudel und ordnen es aber ihrer jeweiligen Meeresgottheit zu und opfern dort an der Stelle dann natürlich jede Menge Dinge. Also können wir sagen, dass Omega Therion sehr viel Tant hat in seinem Gefängnis. Genau, lohnt sich da mal zu tauchen. Letzter Spoiler Hinweis von mir heute, auch da kann man hintauchen in einem Abenteuer rund um die Twitter-Dämmerung und tatsächlich, du hast völlig recht, man kann ein bisschen Tant abgreifen, wenn man da unten ist. Und den Strudel gibt es heute nicht mehr tatsächlich, das wird dann da auch aufgelöst, aber ich denke, da kommen wir ca. 2032 mit unseren Folgen an. Ein bisschen brauchen wir noch bis dahin. Naja, wenn wir dann irgendwann in Rente sind, dann haben wir ja mehr Zeit und können jede Woche oder alle zwei Wochen einmachen. Sehr gut. So, dann, jetzt kommen wir endlich zu dem, was das Kapitel schon angefangen hat, das Ende Pyrodakors. Der böse Zwergentod kommt endlich auf, was er verdient. Das ist schon ein bisschen ein Meilenstein, weil Pyrodakor begleitet uns ja wirklich seit dem vierten Zeitalter, taucht immer wieder auf, mal ist er präsenter, mal agiert er mehr im Hintergrund, aber er ist schon jemand, der wirklich die Geschichte, die in der Historia beschrieben wird, über viele Zeitalter hinweg prägt durch sein Tun. Und jetzt haben wir ja schon gehört, dass er im Zweiten Drachenkrieg schwer einstecken musste und er ist dann auch gezwungen zu fliehen und das muss man sich nicht nur geografisch und räumlich vorstellen, sondern Pyrodakors Flucht führt ihn auch durch verschiedene Sphären und Globulen, aber seine Verfolger, allen voran Farmelor, sind ihm immer auf den Fersen und schließlich wird er auch gestellt, als er sich auf seine eigene, seine ursprüngliche Insel zurückzieht und dort hat er zugleich auch seine letzte Verteidigung versammelt und es kommt zu einem, wie es heißt, gewaltigen Kampf, der den Himmel verdunkelt und das Meer zum Kochen und das Bestein zum Schmelzen bringt und nicht nur diese Insel verwüstet, wo auch wieder unschätzbares Wissen und Aufzeichnungen Pyrodakors große Bibliothek verloren gehen, auch viele alte Wesen vergehen, darunter der große Drache Ulvador und auch Pyrodakor selbst nach langem Kampf wird besiegt und vergeht und es heißt, sein Körper, sein Leib versinkt mit der geschmolzenen Insel in der Tiefe, es wird jedoch sein Karfunkel, also seine Seele, seine Essenz wird geborgen und die überlebt, wenn auch der Drache selbst vergangen ist. Weiß man eigentlich, wo der Karfunkel jetzt ist oder danach hinkam? Ja, das weiß man nicht. Ich habe jetzt getippt, er lag doch jetzt ohne Wild Guest, aber ich meine, dass er dich in Kunschum in der Akademie irgendwann mal längere Zeit aufbewahrt war bis zum Beginn der Drachenchronik und was dann passiert, weiß ich nicht mehr genau, ob der mitgenommen wird oder immer noch da ist. Kann man in der Drachenchronik sicherlich nachlesen. Genau, das ist das Drachenei tatsächlich, also nachdem die Akademie auch benannt ist. Ich dachte, es geht um ein Drachenei, nicht um ein Karfunkel. Ja, es ist etwas irreführend, aber es ist tatsächlich so, dass, ja, wahrscheinlich wegen der Größe allein, das ist also Faustgroß heißt es für der Karfunkel und es gibt in Kundium diese Ritter das immer während des Kampfes, das ist quasi ein eigener Wächterorten, der speziell dazu da ist, dieses Drachenei zu bewachen, von dem aber viele eben gar nicht wissen, dass es nur wenige Eingeweihte ahnen, dass es in Wahrheit Pytharkoska Vogel ist. Gut, Pytharko ist vernichtet und nun sollen ja alle Wirkungsorte des Goldenen Drachen vernichtet werden und die meisten wurden ja schon während des Krieges zerstört, aber die Ritzes Eich oder wie man das ausspricht, die machen irgendwas Interessantes, die haben nämlich ein Ritual vor, was machen die denn? Das ist Ritzes Eich ist tatsächlich ein hoher Priester, der mit seinem Ritual die Stadt Cetar entrückt und das ist so ein mächtiges Ritual, dass er dafür sein Leben geben muss, aber dafür gelingt es ihm tatsächlich Cetar in eine Globule zu entrücken und die sich vor dem Zugriff der Rächer entzieht und das heißt, dass selbst die Götter beeindruckt sind, ob diese Fähigkeit, die er hat, seine letzte Fähigkeit naheliegenderweise, seither schwirrt halt Cetar in einer Globule außerhalb Amituriens herum, nicht betroffen, einzig allein Tishriana, weil es eben so eine Erzmacht hatte und ansonsten bleibt da die Wüste Komen übrig, wie wir sie heute kennen, da wo sonst Cetar stand. Was ich total bei mir immer so hängen bleibt, meine DSA Anfangszeit ist DSA 3 gewesen, da gab es diesen Codex Kantion, wo alle Zaubersprüche drin waren, da gab es die sieben Formeln der Zeit, das Ritual des Kürzes Eichner, aber wie geil ist das denn? Wer kann denn sowas wohl machen? Ja, offenbar nicht Spielerhelden, sondern nur mächtige hohe Priester, halb unsterbliche Echsen, Oberkultisten konnten dieses Ritual durchwirken, um einen ganzen Landstrich in eine Dubule zu überführen. Jut, und dann kommen wir zum Ehrenenschwert, so wie wir es heute kennen, war es damals ja nicht, wir haben ja gesehen, die Horden des Goldenen sind da ja einfach rübergelaufen, also kann das Gebirge nicht sonderlich hoch gewesen sein. Nun ist die Frage, die Götter sagen ja, es wäre nicht so gut, wenn die da einfach ständig rüberkommen. Was machen sie denn? Ja, sie nutzen das Gebirge, was ja schon als natürliche Barriere vorhanden ist und lassen das aber in die Höhe wachsen. Das heißt, es wird auch ein Stück weit zusammengeschoben, also quasi in der Breite gestaucht, um es weiter in die Höhe wachsen zu lassen und sie nutzen dazu unter anderem den Elementarherrn des Erzes, der den Erzschlüssel, also den ja, einen der elementaren Schlüssel, in dem Fall den des Erzes entleiht, um das möglich zu machen, diese mächtige Veränderung und ja, dadurch wird das Erzes Schwert eben zu dem, was es in der eventurischen Gegenwart ist, dem höchsten Gebirge des Kontinents und praktisch ja, unüberwindlich auf seiner Höhe. Ich weiß nicht, ob wir so mal dazu gekommen, ob wir vielleicht noch dazu kommen, aber was ist da eigentlich, also dahinter? Der Erzes Schwert? Ja? Oder was? Dahinter liegt das Riesland an der Stelle, ein älterer Kontinent wie Uturia, wie das Güldenland, Myranoa, das Riesland ein Kontinent im Nordosten liegt, der aber nicht weiter betrieben ist, also es gibt ein paar Fanprojekte, die sich darum kümmern gewissermaßen, aber da könnte man sich austoben, wenn man möchte. Ah, okay. Also wir gehen davon, also ich gehe davon aus, es ist einfach vom goldenen besetztes, Anhänger ein besetztes Land. Namenlosen, ja, genau, dass der goldene ist und nicht Pyrakor, ich weiß nicht, wen du jetzt meinst. Ne, der goldene Drache ist Pyrakor und der goldene ist ja dann der Namenlose, wie er hier immer benannt wurde, deswegen bin ich jetzt irgendwie beim goldenen hängen geblieben. Ja, dann haben wir noch eine kurze Info aus dem Güldenland, auch dort gibt es einen Krieg, die Zeit wird als Drachenzeit genannt, und hier werden auch ganze Völker ausgerottet und es gibt dort auch einen Fluch, der von Person zu Person weitergegeben wird, die bei allen Trägern des Eamyr zu einem Dahinsichen und schließlich elenden Todes führt. Wenn ich mich recht ansiede, sind das auch die mit dem dritten Auge, oder? Ja. Genau, das sind die, die als von Mardar erleuchtet gelten und die besonders große magische Kräfte besitzen und die in Myranor die Angehörigen der Optimatenfamilien, also der Herrscherfamilien stellen, der großen Häuser, die auch die Lenker des Geschicks, der Geschicke eigentlich im Imperium, von denen es ja eben auch in der Gegenwart nicht mehr so viele gibt. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund, diese Seuche, die gezielt diese Führungsschicht befallen hat. Ja. Gut, dann haben wir es soweit geschafft. Das nächste Mal kommt das Karma, Kortheon. Aber eine Frage, Pyrdaku ist tot, was ist denn mit seinem Schatz, mit seinem Goldhort, was er alles gesammelt hat? Der größte Teil natürlich ist in Cetar und sonst wo gewesen, oder in der großen Insel, die David beschrieb, die untergegangen ist, aber er hatte noch einen Hort im Regengebirge, auf den du vermutlich anspielst, eine gut versteckte Höhle, und die wird natürlich auch zum Großteil geplündert von den Ziegern, wie das so ist. Allerdings heißt es, dass ein Teil der Höhle dabei einstürzt, sodass es gut sein kann, dass irgendwo tief im Regengebirge noch unter dem herabgestürzten Gestein alte Fetze liegen. Aber wo genau, das wissen nur einige wenige Drachen, und aus Respekt vor Pyrdakor verraten sie das, zumindest nicht an jeden herbeigelaufenen Abenteuer. Okay, dann würde ich sagen, zieht hinaus, überfragt die Drachen, und wenn sie euch nicht helfen, dann wissen wir ja, ihnen ist es eh nicht zu trauen. Gut. Immer diese Zwerge für Sicht auf die armen Drachen. Jetzt ist die Frage an euch drei, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendetwas ergänzen? Nee, also mit Blick nach vorne und nur, dass nach dem Kamakorteon geht es dann tatsächlich mit den Menschen weiter. Dann kommen noch mehr hoffentlich vertraute Sachen für all unsere Zuhörenden. Wir nähern uns Schritt für Schritt der aventurischen Gegenwart. Und wir haben ja heute schon gemerkt, es gab viele Bezüge, auf die Raphael auch hingewiesen hat, wo einfach auch Ereignisse oder Artefakte oder Figuren in Abenteuern aufgegriffen wurden, und das wird sich sicher noch verstärken in nächster Zeit, wenn wir je weiter wir voranschreiten im ersten Zeitalter dann. Es ist spannend, es wird spannend und das bleibt spannend. Gut, dann danke ich euch schon mal. Wir haben noch eine Idee, wie wir unser Format noch etwas aufpeppen und erweitern. Da schauen wir mal, dass wir das nächste Woche hinkriegen. Lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, all unsere zahlreichen Follower bei Patreon, die du hast, die können sicherlich auch mal Vorschläge einbringen, wenn wir das Format eingeführt haben, welches Thema wir nehmen sollten. Die werden dann vielleicht sogar gehört. Ja, das auf jeden Fall. Kann man sagen, mit Priorität wahrscheinlich nicht, aber sie kommen auf jeden Fall, werden auf jeden Fall gehört. Das heißt, unterstützt uns da gerne, die Serverkosten und alles zu tragen. Danke auf jeden Fall für die, die uns da schon unterstützen. und euch drei danke ich für die Zeit, für die Expertise, die ihr mitgebracht habt und ich freue mich aufs nächste Mal und euch da draußen wünschen wir einen schönen Tag, schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.